Willkommen zurück zu Cave Story! Und gerade als ich in das Loch gesprungen bin, wurde der Zähler aktiviert, der Counter. Und ein schwarzer Wind bläst durch mich und alle Waffen sind wieder auf Level 1. Ist das nicht schön? Ähm, was nehme ich denn dann? Dann nehme ich doch den Spur, oder? Halleluja! Wo kann ich mich denn da hinstellen? Was? Wow! Zweiter Versuch! Okay, ich muss hier also mit möglichst wenig... Äh, so viel dazu. Mit möglichst wenig Booster-Einsatz darunter kommen. Wow! Nein! Wusstest du, dass die Hexe Jenka einst einen Bruder hatte? Sein Name war Balos. Und wie seine Schwester hatte er Kräfte weit stärker als die von Sterblichen. Und warum genau kommt dieser Dialog mitten im Schwung, sodass ich danach nicht damit rechne, in die Stacheln zu fallen? Großartig. Immerhin, diesmal kam er nicht. So, ich hätte gerne den Raketenwerfer wieder. Weil ich befürchte, dass da noch ein Bosskampf kommt. Was haben wir denn da unten? Hups, kann ich mich da hinstellen? Nein. Hup! Puh, da muss ich mir Booster aufheben. Und das Schöne ist, man kriegt das ja alles vorher so mit und kann sich ja voll gut darauf vorbereiten. Das heißt, man kann das voll gut blind einfach schaffen. Nicht! Hä? Komm, schauen. Kann ich da eigentlich springen oder so? Nee, ne? Okay. So, Paketenwerfer. Level up. Na? Immerhin, ich habe jetzt ein bisschen mehr Leben als davor. Das ist schon mal was. Ah, da ist Curly hier da hinten. Das ist schon coole Sache. Ich nehme wieder die Spur in die Hand. Nein, 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 nein. Okay, nochmal von vorne. Wunderbar. Balos, nehme ich an, benutzte seine magischen Kräfte, um Menschen zu helfen und zu leiden. Und die Menschen liebten ihn und vertrauten ihm. Sogar mehr als ihrem eigenen König. Ja, wir bitten uns zusammen mit der Rope. Genau. Und wofür ist die dann? Hm. Ich glaube, dafür wäre nie gedacht. Sacred Ground B2. What? What? Was sind das denn für Viecher? Oh, eine Locator. Immerhin. Ach so, ja. Der Feuerball ist ja auch wieder runter. Oh. What? Und alle Waffen auf eins. Das ist so gemein. Ja. So mal Curly, kannst du eigentlich nicht aufschießen? Du konntest das doch mal. Machst doch mal voll gut. Mit Maschinenpistole und so. Der eifersichtige König ließ Ballos festnehmen und ins Gefängnis werfen. Und seine Bestrafung war brutal und grausam. Menschen können sehr schreckliche Kreaturen sein. Jep, das ist wohl wahr. Dö, dö, dö. Noch ein Treffer und ich bin tot. Yay. So Curly, dann komm mal mit. Und jetzt scheiß auf die Gegner. Einfach nur ausweichen. Einfach nur ausweichen. So viel dazu. Äh, voll reingerannt. Ich dachte, das waren immer nur vier und die anderen kamen nach, weil ich die ersten abgeschossen habe. Da habe ich mich wohl getäuscht. Äh, ich wollte nach rechts fliegen, nicht nach oben. Ich glaube, mit der Tastatur ist das ein besseres Spiel. Weil nicht so schwer. Weil nicht so unfair. Äh, jetzt. Komm schon. Och, komm schon. Hier so. Aufspeichern. Fände ich super. Ja, ich weiß. Das wäre wahrscheinlich viel zu einfach dann. Och, Leute. Müsst ihr so unberechenbar sein? Ja, natürlich müsst ihr das. Ich weiß. Oh, Heilung. Toll. Genau. Lass uns, lass uns zehn Lebenspunkte ausgeben und zwei zu kriegen. Wer macht denn so ein Unsinn? Außer mir. Ach, Erfahrungen. Hier, Dö, Dö. Klasse. Ich dachte, da wäre Heilung vielleicht gewesen. Schenker ist ja eigentlich die Gute, ne? Ach, die Kleinen machen nur fünf Schaden. Die Kleinen Steine, meine ich. Heilung. Heilung. Yeah. Warum hat ich die Waffe eigentlich nicht auf? Ich weiß es nicht. Nein. Ich wollte dich erwischen. Habe ich dich. Ich wollte sie aufladen. Äh, vor allem, um die Sterne wieder zu kriegen. Die habe ich jetzt. So. Können bitte alle da reinfliegen? Das wäre super. Mit alle meine ich alle. Das war eigentlich unter den Steinen. Sicher? Ne, ne? Sieht nicht so aus. Können wir hier irgendwie Heilung her? Ja. Na. Na. Heilung für mich. Ja. Das ist eigentlich was anderes. Außer diesen fliegenden Engeln und den falten Stein. Sieht nicht so aus, ne? Kommt vielleicht noch. Aber gerade. Ich sag mal, wenn man hier so ein bisschen drin ist, so ein bisschen Flow hat, dann geht das eigentlich. Dann kann man hier auch gemütlich, vielleicht wieder ein bisschen Leben farmen sogar. Wenn, wogemerkt, wenn. Eigentlich kann man hier wahrscheinlich auch relativ gut Erfahrung farmen. Wenn man sich nicht so gut anstellt wie ich. Schnell durch. Ach, hier muss ich aber vielleicht nicht runter, oder? Ich fall einfach mal runter. Unter der extremen Grausamkeit der Folter sind die magischen Kräfte von Ballos dann letzten Endes durchgedreht. Der König wurde von der Magie verschluckt und in einem, ja, augenblicklich vernichtet. In einer einzigen Nacht wurde das Königreich, das Ballos so liebte, zu Schutt und Asche reduziert. Heilung ist bestimmt eine Falle, oder? Nur, wenn man die Steuerung verkackt. Kriege ich den da unten? Was? Oh, Nemesis. Der König hat eine Nemesis. Cool. Kriege ich die da reflektiert? Ah, kriege ich die auch nur einmal reflektiert? Um den da unten zu treffen? Ja! Aber die Reichweite reicht nicht. Mist. Komm schon. Ja, sehr gut. Sehr schön. Warum kommt jetzt einer nach? Das finde ich ungewöhnlich. Das ist gut für ja. Das ist gemein. Mein Fies, ich doppelt hier mit Curly und so. Also wenn ich, wenn ich horizontal schieße, dann schieße ich sie nach hinten. Ah, in der Luft schieße sie nach unten, wenn ich nach oben schieße und andersrum. Und am Boden schieße sie beide nach oben, wenn ich nach oben schieße. Finde ich gut. Oh, da oben ist Heilung. Oh. Was? Wo habe ich da gerade Neville verloren? Also wo wurde ich da gerade getroffen von wem oder was? Frage ich mich. Ernsthaft. Ah, da kommen Pfeile. Ich sehe es. Ich sehe es. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Was? Was? Soll. Ist das links oder rechts? Puh. Schnell durch. Okay, also wie war das? Den da kriege ich... Ne, weiter vorne raus, ne? Da ungefähr muss es gewesen sein. Das war zu weit vorne. Da, da kriege ich dich. Du musst nur ein bisschen entgegenkommen, bitte. Komm schon. Komm schon. Ach, ist doch egal. Ich mache es einfach so. Was? Ich meine, habe ich denn immer einen Nemesis, wenn ich hoch schieße? Der mit mir nach oben schießt. Ist eigentlich ziemlich cool. Ups. Ist gar nicht mal so übel eigentlich, gleichzeitig nach vorne und hinten zu schießen. Da könnte ich mich dran gewöhnen. Und ich denke mal, das bleibt ja auch erhalten, ne? Och, Leute. Warum treffe ich euch nicht? Oder müssen die erst zu Leben erwachen, damit man sie treffen kann? Hm. Kann ich da jetzt eigentlich wieder hoch zurück? Tatsache. Ah, und Curly ist wach. Nein. Wow. Und der Gegner ist wieder da. Also, alle Gegner sind wieder da. Ob das so klug war. Ich weiß nicht. Ich kriege die Heilung. Ah, Moment. Ich kann mich doch jetzt hier, wenn mich nicht alles täuscht, kann ich doch hier Bug-Using betreiben. Haha. Und das ist vollkommen ohne schlechtes Gewissen. Der Level war bisher so schwer, dass ich mir das gerne gestatte. Haha. Und da bin ich vollgeheilt. Raketen habe ich auch voll. Die Erfahrung bräuchte ich genau für den Raketenwerfer. Da war ja was. Hast du Erfahrung? Sehr gut. Kann ich die nicht von unten? Ja, kann ich. Ach, Mist, Heilung. Ach, was? Nein, den habe ich vergessen. Ich habe auf die Pfeile geguckt. Mist. Nein. Ach, nein. Ach, nein. Ach, nein. Ein Versuch noch. Ein letzter Versuch für heute. Ja.